Liebe Kolonisten, willkommen zu Tag 341 unserer Besatzung. Die alten Regeln gelten nicht mehr. Sie wollen, dass ich kollaboriere. Du machst dich zu einer Zielscheibe und unsere Kinder auch. Was zum Teufel tu ich? Du beschützt unsere Familie. Sie werden Leiter einer Spezialeinheit, die den Aufstand infiltriert und uns den Führer bringt. Du bist tot, wenn du das machst! Die eine Hand wäscht die andere Hand. Wir wollen unseren Sohn zurück.